Wenn er mich findet, gebe ich einen aus, ja? Hast du mich versteckt oder bist du stuck? Beides? Beides? Hallo und herzlich willkommen zurück zu TTT mit den... Manuta, Punchy, Schnitzel, Tom und Fex. Hi, hallo. Hallo. Ich hab gerade beide ans Allgemeine Waffe weggeworfen. Nice. Tadaa. Tadaa. Tadaa, da sind wir wieder. Tadaa. Tadaa. Wie ihr seht, Team Kompetenz ist wieder da. Quatsch, Punchy. Pando, du wolltest mir noch den Dings für den Bein schicken. Ja, mach ich den nach der Session. Alles gut. Ich hab ne Dürr. Fex hat gekochen. Nein, hab ich nicht. Schnitzel ist unsichtbar. Das ist korrekt. Ich bin ja auch... Taube vom Schiff. Das war Hanuta, oder? Soll ich dir noch einen tollen Trick zeigen? Das war Hanuta. Guck mal. Boah, krass. Jetzt bin ich auch ein Hanuta. Also random, das war ich nicht. Ich war das hier. Einen von beiden muss ich gewesen. Und dann schießt er wirklich auf uns. Ja, hinten vom, vom, vom... Knopfes-Wappen-Train oder so. Ich weiß nur, dass er Tom grad getötet hat. Mit ner Wald dann. Deswegen haben wir das auch nicht gehört. Die Wald hast ziemlich leise. Ich hätte den Schuss mal fliegen sehen. Echt auch. Ah, der ist aber tot. Bist ja sicher. Äh, nee. Fex ist hier hinten. Der war Inno. Ich wollte gerade sagen, warum stehe ich da auf dem Turm? Aber das bin ja Spiecher du. Warum stehe ich da auf dem Turm? Ja, das find ich. Schön ist, wir beide wissen das jetzt, wenn der Twitter gleich rauskommt. So total verbiert so. Hä? Was? Ey, warum schießt du auf mich? Ey, warum sagst du nix? Live ist live. Soll ich mich verraten, oder was? Ja, wer lebt denn überhaupt noch? Ja, wenn... Da ist grad irgendwie ein Friendship oder so gekauft. Und ich hatte grad so'n roten Laser an der Waffe. Hat dich auch an der Waffe. Warum kommst du jetzt? Tu mir, Punchy. Ich hab nicht gesehen, dass du da oben bist. Du hast mehr nur in den Rücken geschossen und warst dann weg. Aber ich glaub schon, dass du es bist, weil wenn ich es nicht bin und Schnitzel es nicht ist und zwei Innus tot sind, müsst ihr zwei es sein. Was? Also wenn ich eins und eins zusammenzähl, das kann ich, weil ich war in der Schule. Ja. So wie Aufzüge und Züge, ne? Ja, das ist ja. Das ist auch nix mit Schule zu tun. Aufzüge und Züge. Was macht denn der rote Knopf hier? Manuta, wo bist du denn? Hm? Ich bin da, wo es nach deiner Mama riecht. Also in deiner Mama. Ah. Oh, gedüsst. Ich bin im Fischhop. Hab ich da recht gehabt. Ja, muss ja sein. Mama riecht am Schiff. Jetzt versteckt er sich da drin, ey. Gut, er wird gewettet. Welche von den beiden? Da sind die anderen, da ist ja ein Restaurant. Verlier mal absichtlich, Panne, damit die Mama verlieren. Lass mal irgendwo runterspringen, oder? Ah, ne, geht ja nicht. Wir müssen ins Wasser springen. Wow, bin ich dumm. Krieg uns. Wie viele Jahre deines Lebens hat es gedauert? Ich hab nix gesehen. Was tust du denn, Panne? Ich bin nicht tot. Ne, mach halt nicht. Ich bin nicht tot. Ich hab hier auf jeden Fall dann ungelegt. Nein, ich leb noch. Das ist wirklich toll, Bad, ist wieder aufgestanden. Okay. Willst du nicht mal rauskommen? Ja, steht doch, natürlich jetzt nicht mehr. Ein cooler Trick funktioniert nicht mehr. Also, Leiter 50-50 Chance. So, ob du stirbst, soll ich nicht? Also, ich zeig dir ernsthaft dieses Brand-Joralsch, alter. So, was für den hat er nicht mehr. Ach, komm. Mist. Na, schau. Er hat gewettet auf Tee und hat verloren. Ja, gut. Schau, Tom. Mach mal gut, mir das mal überlegen, was du machst. Oh, ich hab doch viel Tee gewettet. Schau. Das war für die Endos gebettet, ey. Sag ich doch, das ist rigged. Den hab ich nicht getötet, oder hast du jetzt noch Punchy umgelegt? Du hast ja keine Töte. Äh, so. Doch, dich hab ich. Du hast keinen getötet. Doch, dich hab ich einmal getötet. Du hast keinen getötet. Du hast keinen getötet. Ding, hab ich's eigentlich einmal getötet. Fake News. Finde ich. Als, als der Nutter, als der Nutter gesagt hat, so, yo, yo, was macht ne rote Knopf? Hier dachte ich mir so, okay, World War 3 has just begun. Da müsste man so ne Atomrakete oder so ein Aimblendende. Boah, Alter, wie ich einfach die Frautklasse werde und direkt erstmal denke, ich bin ein Traitor. Denn da drunter gucke ich, oh, schade, innocent. Das ging mir aber eben auch so. Aber ich hab blöd von wo ungestürzt von da oben, ey. Ey, guck mal. Ja, stimmt. Flashbang. Ne, ich guck grad nicht. Ich aber. Oh, ich bin nicht drauf. Boah, ich bin nicht. Du bist so mit heimlich, Alter. Da shoppt'n Daumen. Dafür müsste ich dir eigentlich noch nur Insuridieren. Ich bin vom Bier und hab'n Messer. Irgendwann, da liegt was. Da sind wir die Storben. Irgendwärts, ich war eigentlich nicht. Ich hab'n Messer. Da, es ist tot, es ist tot, es ist tot. Feuermestattung. Was ist das Schnitzel? Irgendwärts am LKW doch grad'n geshoppt. Am LKW hat jemand geshoppt? Ja. Da muss denn ja ich gewesen sein. Ich war ja auch Traitor, als ich geschockt hab'n. Scharf. Oh Gott. Ich hab'n noch 6 HP. Und das kam hinten vom, äh. Au, 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 au. Der? Ist er hier? Auf mich wird geballert. Das find' ich nicht so geil. Und wo denn? Versteckt euch nicht immer, ihr Pussys. Das wollte ich jetzt lassen. Wo seid ihr? Zuhause. Ja, nice. Also, bist du wieder im Fischladen? Ich hab' gesagt zuhause, nicht in deinem Zuhause. Achso. Ich hab' das heute schon, sorry. Da kommt Thomas. Bing, 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 bong. Bong, bong. Scheiße. einer. Scheiße. Oh Gott. Doch ich hab' mich erwischt. Nur noch einer. Nur noch einer. Ne! Ja, so geht's auch. Ach, ja. Den Thomas hat man da überhaupt nicht mehr gehört. Ich stehe, das wäre wie ein Doppelsquare, was fällt, geht so. Bing, 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 bong. Ich habe den halt auch nicht gesehen, weil ich hinter dem LKW stand. Aber man hat den halt auch nur gehört, erst als er so genau vor mir war. Noch so ganz leise, so ding, ding, ding. Man kann so viel Spaß haben, wenn man tot ist, was? Guck mal, da hinten der Pool unterm Truck, der macht sich halt was für's Zuhause ab, ey. Oh, der hat mir den Zug verpasst. Der hat mir den Zug verpasst. Das war schön. Ja, das war alles so toll. Ja, das war so ein Schluss, wirklich. Ich habe einfach nur nach Radar geguckt und einfach zu Windhoff geschossen. Ach ja, das gibt es genau. Tom hat gerade getrunken, Tom hat getrunken. Boah, das wird eine richtige Innenrunde für mich. Ich sage euch das. Ich bin Vampir. Du hast doch gerade was getrunken. Ja, weil ich Vampir bin. Ja, guck mal. Der Pan hat gerade auch was getrunken. Ja. Aber wenn ich dir das jetzt sagen würde, wäre das Schleichwerbung. Wie? Ja, total. Ich küsse. Ja, total. Das sind nicht erst Schleichwerbungen, wenn man dafür bezahlt wird. Ich bezahle die, so habe ich jetzt ehrlich. Ich bezahle die, damit ich deren Scheiß trinken darf. Ich habe mich gegründet. Möchtest du herkommen, Panne? Wollen wir zusammen unser Glück versuchen? Nein. Oh, mein Gott. Ich habe fast schon getötet. Was machst du denn sowas? Ja, weil er war so ein Explosionspass und ich bin einfach so geschossen. Was, der war ein Explosionspass? Ja. Das war ja bestimmt ein richtiger Knaller. Ich wurde beschossen. Du wurdest beschossen? Womit denn? Wo? Von wo und womit? Erstmal, wenn du dann kommst, du dich was. Was? Ja, dieses komische Explosionsdinger da. Ja, es gibt nicht viele Explosionsdingens. Also, kann man jetzt gut outfiggern. Kann alles sein. Was? Das habe ich mir jetzt verdient. Hast du dir verdient? Jetzt brauche ich die nicht mehr. Nein, mit. Was ist denn das jetzt hier? Was zur Hölle ist das? Hä? Können wir jetzt nochmal sehen. Okay. Jetzt hat das. Da hinten ist der Nutzer. Ja. Ich glaube, Panne ist es. Das kann mit sein. Oh, was? Der ist im... Fischkannenpapp, Fischkannenpapp, wie auch immer. Du guckst nicht noch so ein, ich habe ein Schneeball in der Hand. Ich möchte noch einmal sagen, dass dieses Scheiß-Game fucking rigged ist, ja? Ich werde Troll, gehe zu einem normalen Fass hin, aktiviere dort meinen Prop-Disguiser, verwandle mich in einen Prop. Und Tom, der Superhero hat nichts besseres zu tun, als Explosionsfässer abzuschießen. Oh, ja, schön. Wie kann ich denn nicht, dass du da so ein Pop bist? Ah, die Punkte sind doch gerade echt geil. Oh, wow. Da schießt noch nicht. Einfach nur WTF, Alter. Ich glaube, das Spiel hat dich echt lieb. Ich kann dazu nur eins sagen. Halt die Fresse. Genau. Halt die Fresse. Hätte ich jetzt auch gesagt. Bisschen Random Damage oder bisschen Feuer? Ja, ich habe schon einen Länden. Feuer! Oh, das hat dich halt. Ah, cool. Panne, panne, panne. Ja, spring mal bitte, du fliegst schon wieder. Wie, ich fliege? Ich bin, äh, Dings. Ja, das ist aber ein Bug, wenn du nicht langst. Sorry, ich bin halt Junkie. Wow, geh weg. Panne. Das war knapp, Alter. Es kam genau auf mich zu. Oh, Gott. Taube? Nee. Okay. Ja, schlimmer als ein Taube. Da wurden wir abgestochen hinter den Containern. Hanuta ist es, Hanuta ist es, Hanuta ist es. Hanuta ist es, Hanuta ist es. Ich habe mich gemattert. Aber ich lebe wieder. Warum? Bist du, bist du Gäbler? Oder nicht? Welche Klasse hast du, Tom? Ja, ja, Hanuta, Hanuta ist es. Hanuta ist es. Hanuta ist es. Hä? Hanuta ist es, Teele, auch nicht. Weg mich. Stimmt's, oder? Was ist es? Ey, was ist es? Äh, was ist es? Was ist es? Ja, wer denn nun? Oh, shit. Warne, du bist echt behindert. Wieso? Du, weißt du, du wächst ja auf irgendjemand anzuballern. Ich habe Hanuta erschossen, weil er gecallt war. Ich habe bei euch ein bisschen Verwirrung gestiftet. Dann kommt Facts, schießt dich von hinten an und du knallst mich ab, du Lappen, ey. War verwohnt, tut mir leid. Aber hey, ich habe Facts noch weggemacht. Und wir haben gewonnen. Er ist Random Killer, immer. Ja, und? So gewinnt man halt die Runden, wa? Habt ihr das gesehen, da hab ich hingelegt? Was, was war's nun? Warst du wirklich Gambler? Ich war Gambler. No, ey. Badluck. Das war echt Badluck, ey. Das war sogar so, war sogar doppelt Badluck. Warum? Ja, er war Gambler und dann hat sein Second Chance auch noch gezündet. Achso, ja, wird okay. Ja, danke. Bitte. Alles rigged. Alles rigged. Alles rigged. Hallo, ich werde beschossen. Oh, Punchy. No, lass. Fungey, Fungey. Fungey ist es. Wer hat dich denn beschossen? Ich weiß es nicht. Ich bin nur schnell weggerannt, weil ich noch fucking 5 AP habe. Fungey ist es. Boah, mir geht das langsam auf den Sack, ey. Und warum soll ich das jetzt sein? Ja, Fungey. Ja, weiß ich auch nicht, Fungey. Keine Ahnung. Ich hab dich nicht gesehen, also keine Ahnung. Was weiß ich denn, wer es war? The fuck, Schnitzel hat noch 5 AP habe ich gehört. Nee, ich hab jetzt wieder 100. Warum das denn? Ja, weil ich Jackal bin, alter. Weil jede Runde, wenn ich scheiße, Jackal werden, scheiß du halt, dass ich denk, jo, ballern wir mal schnitzel weg. Oh, da ist jemand Zaltek. Ja, aber nur ein ganz kleines bisschen. Kann ich das auch mal sagen? Boah, ohne Spaß. Ohne Spaß. Das ist so behindert. Das ist unbeschreiblich. Obendrauf, obendrauf, du Blindfisch. Ja, Entschuldigung, ich hab gerade eben... Du sollst mir nicht auf den Sack gehen. Ach komm, ey, geh weg. Wo ist denn dein Mähnerte Schaf, ey? Hinter dir. Loll! Nein! Willst du mich verarschen? Du gehst, lass mich in Frieden. Na, Gott sei Dank, ey. Ich wollt grad mir irgendwas cooles aus... Boah, ohne Scheiß. Jede Runde ist, Jackal. Das hat schon auf 10 Badroom angefangen. Schon die erste Runde. Ich Jackal direkt weggeballert worden. Das ist nicht wahr. Jede Runde als Jackal leb ich nicht länger als 5 Sekunden. Das ist doch nicht wahr. Sogar zweimal weggeballert worden. Nur mal so. Boah! Schön. Schön. Ich komm in Frieden rein rum und weiß. Von eben der Runde, dass du mir die eine Tür dann aufmachen kannst. Und sehe ich, wie Panne da steht, die Tür aufmacht. Einfach easy so. Moment. Ich sag... Moment. Ich sag... Oh, nee. Bevor er was sagen konnte, musst du erst mal eins schießen, ey. Leck mal mit der Schrotel in den Grip. Moment, du machst die Tür auf, die ich nicht aufmachen kann. Du bist doch bestimmt A-Straight da. Wow, Panne. Ich bin Agent, warte mal. Ja, danke. Bist du ich jetzt? Nee, noch nicht. Oh, schade. Ich bin Priester, ich könnte dich heilen, wenn du ich wärst. Pass auf, wir sind mal cool Bilder, ja? Nur 5 Minuten. Ne, nicht mal. 5 Minuten. 5 Minuten. 3 Minuten. Ich will mal gucken, ob das hier klappt. Das müsste eigentlich gehen. Normalerweise klappt das. Warte. Warte. Warte, ich öffne. A-Straight. A-Straight hinter dir. Aber 19-30 hat nie geschossen. Ja, Tom Meyer weiß. Ja, ich... Tom... Tom und Schnitzel. Ich? Was? Ich hab gar nicht geschossen, du. Er hat er nicht getroffen eben. Jut, Schnitzel ist safe. Ja, ich hab mit auf Tom geballert. Zumindest ist er kein... Ich hab mit auf Tom geballert. Okay, dann hat er mit anderen geschossen. Oh, verrät. Ich hab halt gar nicht geschossen. Er lebt noch, er lebt noch, er lebt noch. Ja, es wurde überlebt. Hab es wieder überlebt. Hab ich auch gesehen. Am Spawn, in Richtung Schiff. Ist hinter den Containern hier. Wo, 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 wo? Hier, vor mir. Ja, wo ist denn vor dir? Warte. Ich seh Panne. Wollte sagen, eh, da muss man ja sehen. Direkt hinter mir irgendwo. Achso, da bist du. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Ja. Fax hat auch grad auf irgendwen geschossen. War das mit der Phishing License funktioniert? Okay, lol. Auf wen hat ein Fax geschossen? Auf, äh, Dings oder was? Bei Fax hat geschossen, Panne ist dort umgefallen. Also hab ich gedacht, dass, äh, Fax. Fax, äh, Safe Trader ist. Ne, Panne war, lol. Fax, was ist los mit dir? Ich check's alles auch nicht mehr. Nein, für dich bin du echt so, heil. Witzel hat halt auf mich grad geschossen. Was? Mit der Shotgun. Ja? Boah, Punchy. Was? Jo, Punchy. Du schießt in meine Richtung und ich soll das nicht callen, oder was? Was für in deine Richtung? Ja. Äh, ich glaub Schnitzel ist tot. Der leg dich mal. Ich glaub Schnitzel ist wirklich tot. Schnitzel ist wieder. Ne, Patschel ist noch. Das klingt super schön. Wo? Oh, Fax, schnell ins Haus. Oh. Geil. Ist er da oben? Boah, das Schab ist grad einen halben Meter mehr vorbeigeflogen. Leg mich am Arsch. Das kann da oben. Scheiße. Hallo? Ah. Okay. Was denn? Nix. Und sonst so? Gut bei dir. Alles cool, ne? Ja. Bist du da? Oh ne, ist das ne Schulplatte. Läufst du wirklich rum und ich seh's nicht, oder was? Komm schon. Was ist das für ein scheiß Raum? WTF? Null. Ich bin genau im Wasser gelandet. Easy game. Null. Ich bin genau im Wasser gelandet. Easy game. Ich bin im LKW-Boys. Oder auf dem Schiff, Karo. Ja. Da bin ich auch. Ich weiß nicht wo. Hast du nen Radar? Nee. Ich auch nicht. Da geh nochmal an. Boah. Geh mal du. Wenn er mich findet, geb ich einen aus. Hast du dich versteckt oder bist du stuck? Deines? Deines? Okay, der könnte auf dem Kran sein oben. Ja. Safe. Alter, wie lange geht die Runde noch? Noch zwei Minuten. Zwei Minuten. Wo bist du denn? Soll er denn stuck sein? Oh. Hi. Türe hat angeschossen. Bist du ein? Bist du ein? WTF? Was ging grad mit der Leiche ab? Bist du ein? Und sonst zu? Ganz gut bei dir. Ich finde das cool. Und sonst zu. Und sonst zu. Oh Mann, bleib doch mal stehen! Ja wo bin ich denn du? Wenn du mir sagst wo du bist, bleib ich auch freiwillig stehen. Hallo Punchy. Ach, ihr wollt mich doch verarschen. Das ist einfach so lächerlich dumm. Jedes Mal, wenn ich mich dahinten drehe, sind die weg. Das ist doch alles Scheiße, Mann. Wo ist er? Gibt's nicht! WTF? Wir sind dauerwehr im Schlafen, Alter. GG Punchy, Alter. Was hast du mir so verdient? Wir spielen TTT nicht pur Punt, ne? Ich war da stuck. Ja, aber er ist am Ende. Wer wohnt denn? Ach du Scheiße. Wer war da stuck? In der Bar. Alter. Ein Stuhl. Aber jedes Mal, wer sich dahin gedreht hat, um dem wegzuschießen, ist er weggelobt, ey. Jedes Mal. Das war ne schöne Runde, ey. Ich habe ja sogar versucht, jemanden zu töten, ja? Es ist ja nicht so, dass ich nichts gemacht hätte. Ja, du hast wenigstens versucht, einen zu fangen. Vor allem, ich dachte halt, ich habe eben ne Discomb geworfen, so ne Megadisco, und hab gedacht, da ist er irgendwo hinweggeflogen, so saufverpackt oder so, und war halt free, war und konnte nicht stärken. Deswegen hab ich halt die ganze Zeit mit dem scheiß Pocket Rifle auf die Ecken von der Map gezielt. Ich bin tot, wart jetzt schon. Was, wer ist gestorben? Was sagt er, was? Der hat doch gerade gebrüllt, alter. Alter, was für eine Runde. Vor allem, ihr seid auch 17... Lol, er war einfach... Ne, es war wahrscheinlich ein Fake gleich, aber er war halt einfach traitor, wenn er gestorben ist. Vor allem, ihr seid auch 17 Mal an mir vorbeigelaufen, gefühlt. Ich nicht, ich bin jetzt einmal in das Haus drin. Einer war bei mir drin, auf jeden Fall. Ey, ey, Tom! Ey, Tom! Wie Tom gestorben ist, war auch ganz geil. Er springt vom Schliff ins Wasserstück. Ey, wo ist Tom? Ey, Panne! Panne, du magst doch Bier, ne? Ne, ich geh grad weg. Nein, Panne, ich hab doch nichts in der Hand. Also, Tom, Tom und Schnitzel könnten... Zeitkick und Jakar sein. Das ist Bullshit. Nur mal so an, Panne, du magst doch Bier, komm noch mal her. Panne, du magst doch Bier, komm noch mal her. Hast du ne Flairgun? Du magst doch Bier, ne? Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Was soll ich denn? Pfff! 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 Idiot! Das haut er sich doch noch selber weg, alter! Ich hab einen Lappen! Ist das denn, Trottel? Ja, aber wirklich! Aaaah, ja! Meck's kam jetzt! Wieso? Was, worum ich? Was hab ich denn jetzt gemacht? Wow, man puß hat es hier eine komische Stelle! okay tom ist tot ich werde ich bin rocket es ist panne 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 wo hat er sich denn angeschossen auf dem container hat er nicht die die jetzt ist ja schon wieder bei mir mit der schrotze alter der plus ins weg hier sag mal fix wo ist er er war ich glaube dass die zum twitter raum zumindest kann türen gehörte seien du hast welche auf dem zug um ach nee ich werde besnipet draußen aber keine ahnung von wo irgendwo beim schiff könnte sein ich bin mir nicht sicher nein geht aus dem suchen ja ist natürlich geil wenn man nicht weiß dass die flaschen zerbrechen bei der höhe ja ich hab mich ich hab als ich hatte den pop des geyser haben ja als flasche getan als bierflasche so wird an den mod ikner ja danke fürs zuschauen und ich hab jemand kann ich zu scheinen tschüss Untertitelung des ZDF, 2020